Herzlich willkommen zu der E-Learning-Lerneinheit Kapnographie. Funktion, Einsatzmöglichkeiten und Interpretation. Umgangssprachlich könnte man sagen, dass die Energie, welche der menschliche Körper zum Leben benötigt, durch die Verbrennung von Nährstoffen und den Verbrauch von Sauerstoff erzeugt wird. Etwas genauer wird es, wenn wir anstatt dem Wort Verbrennung vom oxidativen Abbau sprechen. Hier spielen die Mitochondrien eine wichtige Rolle. Sie werden auch als Kraftwerke der Zelle bezeichnet. In den Mitochondrien werden die Nahrungsstoffe, also Proteine bzw. Aminosäuren, Fette und Kohlenhydrate unter Verbrauch von Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut. Dabei entsteht die benötigte Energie, welche in Form von Adenosintrifosphat bereitgestellt wird. Beim Gesunden ist der wichtigste Faktor für eine Produktionssteigerung von Kohlendioxid ein Anstieg des Stoffwechsels. Die Lunge gehört zu den offenen Puffersystemen des Körpers. Neben anderen Faktoren gewährleisten diese, dass der pH-Wert im Normbereich um 7,4 bleibt. Offene Puffersysteme haben die Eigenschaft, dass ein Reaktionspartner aus dem System eliminiert werden kann, also beispielsweise über die Lunge oder die Nieren. Ziehen Sie bitte den jeweils korrekten Normwert von der rechten Seite auf das passende Feld in der Mitte. Bestätigen Sie anschließend Ihre Zuordnung mit dem Button unten rechts oder dem kleinen Häkchen, sofern Sie ein mobiles Endgerät benutzen. Nun kommt die dritte Phase, die vom Punkt C bis D reicht. Hier wird fast nur noch alveoläre Luft abgeatmet, die Kurve wird deutlich flacher. Dieser Abschnitt wird auch als Plateau bzw. als alveoläres Plateau bezeichnet. Der Punkt D entspricht dem enttidalen Kohlendioxidwert und beträgt 30 bis 40 mm Hg. Wie Sie bereits wissen, liegt der ET-CO2 bei physiologischen Bedingungen etwa 3 bis 5 mm Hg unter dem arteriellen Kohlendioxidpartialdruck. Nehmen wir den Kreislaufstillstand als Extrembeispiel. Würden wir es in dieser Situation unterlassen, Thoraxkompressionen durchzuführen und den Patienten dennoch weiter beatmen, dann könnten wir beobachten, dass der ET-CO2-Wert rasch gegen Null abfällt. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Das Herzzeitvolumen ist in dieser Situation gleich Null und es erfolgt daher kein Transport von neuem CO2 zur Lunge. Dieses nächste Kapnogramm zeigt einen Abfall des enttidalen Kohlendioxidwertes von 35 auf 30 mm Hg in relativ kurzer Zeit. Solch ein Abfall passt nicht zu einem Kreislaufstillstand. Dann würde der Wert, wie wir gerade besprochen haben, rechtzügig gegen Null gehen. Eine plausible Möglichkeit ist in dieser Situation ein Blutdruckabfall. Wenn wir beispielsweise die automatische Blutdruckmessung so eingestellt haben, dass der Apparat alle 5 Minuten misst, kann in dieser Zeitspanne ein Blutdruckabfall auftreten, der logischerweise erst mit der nächsten Blutdruckmessung auffällt.